hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge minecraft kuhn pvp ja mit dabei ist natürlich wieder der tom und zwei leute auf dem server ja gut 321 log in login 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 ja gut ich wieder heil wir können sich bewegen seit fünf Jahren wird so das war ein weiteres einziger wenn wir eine blöde an einem Balken der der überwärts links unten das einbauen irgendwie habe ich mal das gefühl die ersten einstenswert ist nicht sich sie sich aber ich glaube ich bin nicht der Meinung dass sie da sind das wieder runter gehen ist mit meinen machen ich wollte noch eine eisenspitzsacke machen kurz hast du so viel eisen oh mein gott was denn der hat noch gefeuert beim letzten mal das erste chunk wurde geladen oh shit vielleicht hätten wir vorhin mal die folgen jetzt schnell reingucken sollen was könnte ich noch ja gut ich habe jetzt eine eisenspitzsacke so hier war doch nicht ich mache dir auch noch eine eisenspitzsacke wir hatten eine hülle irgendwo ja aber da mag ich würde nicht rennen weil wegen essen ich würde ja nicht essen holen und wenn ich erstmal rausgehen kurz weil wir können getreidefeld machen einmal und dann noch ein getreidefeld gehen wir raus auch vergessen zwei zumbies und das das auch mal da wäre eine hülle aber hier ist ende da komme ich jetzt hier raus dann kann ein bisschen draußen auch hier so kohle auch hier war noch kohle ein bisschen stets zöger also ich das ist er kann der kohle das wäre auch gerade so ich kann mich ganz krassig bewegen ich habe das ist noch ein klang in vielen das steht hatte ich will zum ist oder umkommt so ein bisschen das sind da ist ein Huhn ich denke das mal für das und in der kann nicht sprinten hier ist ja das ist immer so so an gewohnheit halt es sehr geht zurück ja aber mach lieber nicht wegen essen ja ja ich hab noch 6 6 pockshop ja ich hab noch 4 aber ich bin halt komplett full ja ich auch aber schön wir haben noch teils im lücken eizen nur noch alter der vergeht voll schnell ich renne hier übelts auf offenem feld rum ich entferne mich ich entferne mich zu weit lassen ich werde insgesamt ein bisschen sagen dass wir ein bisschen verschieben wieder wir hast du noch drei eisen ja hey er hat genau drei und zwei eisenstilzeiten eine kriegst du was ja nicht okay hey lass da runter gehen und dann in die richtung wird mit meinen betreiben dass wir da rohstoffe unter wasser ist eigentlich insgesamt ganz gut hier kommen dann will ich jetzt einen Eimer machen so so warte immer die drei eisen ja dann mach du einen Eimer ja dann mach du einen Eimer ein bisschen Agrarwirtschaft betreiben ja ach ich hab sogar einen Knochen fuck nicht sprinten alter Hunde sind richtig OP eigentlich wenn wir irgendwie Hunde finden auf dieser Map alter das wäre so krass äh es haben einige ein Dorf gefunden habe ich in folgen gesehen die haben ein Dorf gehabt das heißt die hatten die haben schon mal keine Essensprobleme weil die wirklich irgendwie zwar aber ich bin schon wieder so geleckt gewesen ja ja war gerade auch bei mir und dann ist das sicher irgendein Plugin Fehler noch gut ey das regt richtig auf dass man nicht sprinten kann alter alter ich hab ja echt ein bisschen Angst gehabt dass meine Aufnahme gerade äh dass meine Soundaufnahme nicht funktioniert ja naja wäre ja auch nicht so schlimm ich nehme ja auf hm bestimmt dann kann ich deine Tonspur einfach nehmen ja Tonspur ist gut habe ich ja nicht ne ja na ich ich nehm doch nur mit werd ich hier die komplette Aufnahme oh mein Gott alter macht der viel damit oh mein Gott was noch ein Zombie geh raus Marc geh raus bitte nicht ich will kein Singleplayer Let's Play machen gut ne ich hab alle getötet hab noch 8 Herzen ich hätt dich echt ich hätt dich morgen in der Schule live geschlagen echt ey komm lass machen was machen wer an einem äh tier stirbt äh der bekommt 10 Schellen mit Aufnahmen Loll und so gemacht ja passiert mit einem Plugin ich komme ob es eine neue Version war Ihnen jetzt habe ich dadurch irgendwie anderthalb Arbeiten bekommen erst mal gefällt bist du denn ähm bisschen weiter die Treppe runter um die Nerv schon wieder ja ja es ist tatsächlich ich bin es gar nicht gekonnt aus äh das ist ein Sprachschirmes Alter Hörst du das da braucht ja mal Glück ab hörst du das da bei einem Stein ab hörst du das nicht gerade ja what the fuck ich bin ich bin sie ich brauche nichts ab auch nicht nimm einen Eisenschwert mal ach ein bisschen Thrilling muss sein da bist du lustig weißt du ich sehe das ja auch wirklich nicht weil ich ja gerade nicht bei dir bin weißt du wie kacke das ist du darfst nicht gegen die Wuppe oder Latschen schon mal aufgefallen ja da kriegt man irgendwie Hunger habe ich das Gefühl wir haben auch wir haben aber auch echt scheit war in der Luft ja das passiert manchmal da kannst du es ist wie wenn man ganz kurz gefeiert ist es geht dann aber wieder das ist ah ich sehe es das ist immer wenn er das Dings lässt mich vielleicht nochmal raus nein doch ich hab grad fast geschlagen ne einfach ausdrücken okay ich erstmal mal was vielleicht ist gleich glaub ich auch nochmal was also an sich müssten wir echt oh wie ich backe ähm was brauchen wir denn noch eigentlich doll ernsthaft jetzt alter weißt du wie haben sie denn mit dieser Crap ausfusten einfach kein einfach Eisenschwert das das ganz viele Projekte gehen die ich dann machen kann nicht rausfliege ja gut wir könnten eigentlich mal die Challenges anfangen ne ja ich mache jetzt erstmal cool und habe ich genug zu tun ja ne ja dann sehen wir abkann also habe ich ja noch mein Microsoft Single Player Projekt ich weiß nicht was machst du da erzähle ich nicht das kann noch haben theoretisch könnte es auch mal ein Modpack mal also wieder ein Modpack ja ich glaube ich habe schon gehört wenn es geistert ist aber das läuft bei mir nicht zurzeit warum nicht weiß nicht ich muss mal aktivieren mein Pfeifen hat sich für die öffnet sich nicht mehr aber was was hier ist neu habe ich mir auch ich habe ich mir auch dass wir angeguckt ich also also dass das ja auch ich mag es nicht so wird das also das andere so Bruder mehr gefallen ok noch mal und nur ein Blöde weiß ich habe neue älter wie ich mich immer für ab Prozent Fleisch ich mache schnell nicht mehr Schaufel und nicht um die Zuschauer zu facken und ich habe noch mal 4 Prozent Entschuldigung Eisen Grün wieder fast in die Verlegenheit kommende Steinschaufel zu machen eine Eisenschaufel Seil Tom eine Höhle zwar mit Lava ja voll gut aber ich habe immer das Gefühl dass Lava Diamant bedeutet jemanden Marc aber World Order wir müssen uns in die andere Richtung ran das ist so riskant wenn du über Lava irgendwie bist dass du da zurückgeschmissen wirst da müssen wir echt aufpassen bin ich nicht komm mal her ich habe einen Gang gegraben am Ende des Gangs jo hey ist ein Baum gewa- ist ein Mörderbaum gewachsen naja so warte ich lag schick grad mal hin hier unten wo unten unten halt die beste ich habe vergessen wasser zu holen ich Esel ey Hi aber legen tut es nicht mehr also diese ganz kurzen Lags aber dann muss ich mal gucken dass ich die gefickst krieg das kannste halt wirklich auch nur durch testen in meiner Aufnahme äh rausfinden komm ich sprinte schnell ohne Witz ey dann ist ein Schwein ich klatsch das schnell rum schwein schwein komm her ok k 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 von ich habe noch Ecke er hätte ich bin meine die war komm rein in den Fuchsbau Ackermatt ob es ist so wie ich sie richtig unproduktiv weltweit damit du musst einig mit Stattmann ernsthaft mal mag wir gehen jetzt also kommen wird weil ich hab schon riesengang da können weiter graben okay setz mal fackeln man wenn die monstros was wir am arsch ab dem mann zwischen weg gemacht mit der sechs minuten die beiden minuten da legt ja genau ja das ist es immer wenn das plugin updated abdäckten die ganzen times das checkt ja jede minute wie lange zeit noch ist das so eine fackel ich hab noch nicht nur selbst noch auf der an sich hätten wie jede minute werken er bleibt damit die glaube ich mir das zeigt aber wenn wir jetzt auf Schiffen ein Tor was wir jetzt auch machen gehen oder so ist es nicht unternehmen so das Zeug Prozent wir lassen ja doch doch noch fünf Minuten für heute okay das steht immer Uhr ja so wenn ich in mich rein mag bitte ich glaube du machst vier Herzen oder so wir testen es einfach nicht so nein ich meine das gerade ernst hätte das kann echt scheiße werden jetzt kommen Warte mal jetzt hat er kam aber wenn ich das jetzt ich mache dann ist unsere ganze Zukunft was im Arsch heimte fahren also hier in der Hau er hat er und er hat sogar Fackeln mitgebracht werden dann sind der Aspen die Leute aber du kannst was der Schuhen Spieler eingeben Prozent im Kriegel so okay wir haben jetzt erstmal ein kleines Feld die erfahren fertig ja schon seit fünf Folgen drei Mal so mag du bist ein Esel habe ich ja schon mal gesagt ich bin da jetzt lang gelaufen aber auch keine Fackeln gesetzt das ist brain so mag wir können uns hier nicht lang graben ne weil der die World Border ist wir müssen uns in die Richtung graben immer noch ja dann graben wir uns jetzt in die andere Richtung ja 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 dann graben wir uns noch ein Wasser einmal mit äh ja aber ohne Wasser komm mal her komm mal her komm doch jetzt mal mit das war nicht nein guck mal guck mal hier unten ist Lava ich geh jetzt da rüber ja Gold Mensch Gold gefunden man wir müssen noch abbauen wegen wegen Gold dafür ja gut ey lass mal ich nehme ein Lava einmal mit wegen Handgranate ne hier ist nichts Mark und Kronoli da ist nichts hier in dem Lavasee baue ich mich da jetzt lang du machst nicht du sagst ich soll mich in die Richtung bauen ja aber doch nicht ich sneak die ganze Zeit ne Mark baust einfach nicht hier ist nichts und wir können zurückgehen hey ich will aber noch strip mine ja aber lass doch weißt du wie strip mine geht komm mal mit Mark jetzt komm mit noch ein bisschen leer stunde Mark jetzt komm mal mit bei Herzen gut dass sie das ausprobiert haben mit Crit machst du dann so war einfach nicht dran mit Eisenstadt ja da hab ich auch so ausgewählt gehabt dachte Eisenstadt macht fünf also komm hier und jetzt hier immer so drei ich glaub nicht mich rein immer so drei Reihen das auf die andere Seite einer baut den Gang und einer baut hier immer so drei Reihen okay okay soll die sind einfach zur gleichen Zeit gejoint jetzt bei den Gangnot lang in zwei lang in die Richtung in die Richtung wo es hier lang ist in die gerade ja und wie lang ja du bist wie geil wie dir das gefunden hast komm mal hier ist schon Redstone ey bei Redstone ist meistens aber bei dir also ne immer so davon grab mal weiter nicht dass wir uns schlagen ich hab da richtig Angst davor dass wir uns tot schlagen ja hier ist sicher dir weil hier sind ganz schön viele Sachen also hier sind ganz viele Items weiter Kohle kann es aber draußen noch mal haben wir haben wie das ist an sich entweder ist er im Gang Eisen perfekt ja nice hab noch ein paar Steinspitzacken das ist die ganze Zeit steinspitzacken ja geh mal auch mit den Steinspitzacken weil ich nehm gerade Eisen weil meine Karte ist nur noch eine äh gut ich brauche dich beschneiden oh nein nur noch eine Minute lass hochgehen oder oder lass hier unten einbauen ich würde gerne hier unten bleiben aber lass uns einbauen ne komm mal her komm mal her warte ich bin die Folge noch dir aus so was machst du jetzt geh mal weg da so so weder noch irgendwie eine bestimmte Zeit an 10 Sekunden ne ich glaub nicht weiß ich nicht weil sie gestern nicht mehr auf dem Server oh ja Eisen noch mehr Eisen oh ganz viel Eisen noch um leck so so ich könnte die Minute natürlich schon sein ungefähr diese Eisen habe ich ganz glücklich ja 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 doch noch die Jahre sein ok ja gut ok ich hab die Folge nicht gefallen wenn ja jetzt gern mit einer Bewertung der Service wieder leer ja ja in den nächsten Tagen wird die nächste Folge kommen ich denke ich lade die jetzt am Mittwoch hoch also wird die Folge heute Mittwoch kommen ja ja gut damit ich jetzt nicht zu krasse Abstände habe und ich lade die Donnerstag hoch und die nächste dann Sonntag ah ich muss mal gucken wie ich Zeit habe also ich denke Mittwoch wird die jetzt kommen äh soll ich dir noch etwas Wünsche machen ja mach ja gut dann komm auf jeden Fall vorbei der Link ist in der Videobeschreibung auf jeden Fall ähm in der nächsten Folge werden wir natürlich versuchen weiter Strip zu meinen dass wir Diamanten bekommen und ja wenn euch die Folge gefallen hat ähm würden wir natürlich uns sehr gerne über eine Bewertung freuen über ein Abo natürlich auch immer und schreibt vielleicht auch irgendwelche Tipps in die Kommentare immer offen dafür und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal Tschüss schreibt